Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Dynasty und dieses Mal geht es hier in FIFA 22 und ich möchte euch erklären was ist eine SPC beziehungsweise was ist oder wie mache ich eine Squab Building Challenge und diese finden wir hier im Menü und dort gehen wir mal drauf und dort finden wir auch verschiedene Aufgaben wie zum Beispiel hier Andersson, Taliska, Hakimis Wechsel und das 78er Plus Minus Upgrade und ich möchte euch einfach mal anhand eines kleinen SPC zeigen wie das hier alles funktioniert und da sind wir auch schon und zwar sehen wir hier rechts eine Challenge Bedingungen und diese sind Spieler Qualität mindestens Gold, Team Chemie mindestens 15 und Anzahl der Spieler im Team mindestens 5 und wie wir hier sehen sind hier oben bei den zwei Stürmer Positionen beim rechten Mittelfeld, beim linken Mittelfeld und hier auf die Außenparteidiger jeweils ein Schloss und diese 5 hier in der Mitte, diese sind die besetzbaren Positionen und dort müssen wir jetzt laut Challenge mindestens Gold Spieler reinpacken und da gehen wir einmal auf Y suchen, dort machen wir nur tauschbare ein, Qualität mindestens Gold und dabei ist es egal ob jetzt nun Gold selten oder Gold häufig benutzt, wichtig ist dass diese Karten jeweils Gold sind oder ich möchte euch beziehungsweise rate euch dringend hier Gold häufig Spieler zu benutzen, weil diese sind nicht so stark oder nicht so teuer und hier unten gehen wir nochmal auf niedrig bis hoch, dort werden uns dann unsere Spieler angezeigt, die wir hier besitzen und zwar von den schlechtesten zu den besseren Spielern, das heißt also wir packen jetzt einfach mal ein paar Spieler hier rein und wir gehen anhand dieser Position hier einen Tormann, dort drücken wir einfach X. Jetzt haben wir eine kleine Auswahl an Torhütern und wir nehmen hier den Sergio Rico, den packen wir hier dann ein und gehen dann auf die Innenverteidigung und nehmen dann einfach die nächsten. So ich habe jetzt hier schon drei Spieler reingepackt, zwei Spieler fehlen noch, jetzt kommen wir auf die zentrale Mittelfeld Position, da packen wir hier noch Cesc Paprikas ein, sehr bekannter Fußballspieler und dann machen wir noch, machen wir den hier noch rein. So wir sehen hier, wir haben hier 1, 2, 3 gelbe Linien, das heißt also, das passt soweit und diese beiden hier, die verbinden sich nicht. Das heißt also, die spielen nicht im selben Land oder gehören nicht dem selben Land an und spielen auch nicht in der gleichen Liga. Aber diese vier, die sind alle in der selben Liga und zwar das ist die Liga 1. Man kann das hier schön sehen, indem man mal auf den Spieler drückt. Liga 1, genau, nochmal Liga 1 und daher entstehen die gelben Verbindungen. Packt man hier noch Spielereien, die im selben Verein spielen, dann erscheint sogar eine grüne Verbindung und gibt euch mehr Chemie. Und wie wir hier sehen können, Team Chemie von 15 haben wir erfüllt, wir haben sogar 35, also würde zum Beispiel eine gelbe Linie hier komplett ausreichen. Und ja, dann haben wir das jetzt hier auch schon fertig und ich gehe einfach mal auf Team absenden. So, dann damit sind diese fünf Spieler, die wir hier auch reingepackt haben, weg. Die sind weg aus eurem Verein. Ihr habt diese quasi eingetauscht und zwar 5 gegen 1. Wir erhalten dafür einen 78 plus minus seltener Spieler. Und wir werden jetzt diese Karte auch gleich mal genau unter die Lupe nehmen. Die findet man dann hier im Shop und dort gehen wir einfach mal hier auf dieses Paket machen es auf. Und da haben wir den guten Buffon gezogen. Und wie wir jetzt auch sehen können, ist diese Qualität der Karte auch etwas höher, denn das ist eine Gold-Selten-Karte. Und mit dieser SPC kann man zum Beispiel seine ganzen Low-Cards upgraden auf stärkere Spieler. Man kann natürlich auch sehr viel Glück haben und hier definitiv mehr als 80 herausholen, beziehungsweise einen über 80 Spieler bekommen. Und das kann man halt auch immer mal wieder machen, solange diese SPC da ist. Diese ändern sich nämlich immer mal mit der Zeit. Es gibt glaube ich auch eine bestimmte Frist. Genau, 78er Upgrade, ein Tag und 8 Stunden ist es noch verfügbar. Also man kann diese definitiv beliebig oft wiederholen, solange man Karten im Verein hat. Andere Sachen, wie zum Beispiel hier diesen Anderson-Taliska, diesen kann man halt auch nur einmal machen. Bedenkt bitte auch immer, sobald ihr hier eine SPC macht und ihr bekommt eine Karte, die meisten Karten sind immer untauschbar. Das heißt also, ihr könnt diese nicht im Markt verkaufen. Ihr werdet damit also keinen Gewinn machen. Aber diese Karten könnt ihr behalten, um eurem Verein abzuquäten, eurem Team abzuquäten oder aber auch später für bessere SPCs benutzen. Und ja, jede Challenge, beziehungsweise jede SPC hat eine andere Challenge. Wir schauen uns jetzt mal Anderson-Taliska an und dort haben wir mehrere Sachen. Dort sind zum Beispiel Brasilien, mindestens ein Spieler. Die Teambewertung muss mindestens 84 betragen. Es muss eine Teamchemie von mindestens 50 gegeben sein. Und wir müssen ein komplettes Team stellen. Also jede Position muss hier besetzt sein. Sobald ihr diese SPC anfangen, solltet ihr euch schon überlegen, Okay, Brasilien, wir schauen mal, da kann man natürlich auch das Landdirektion hier einstellen. Hier oben ist Brasilien und wir schauen mal, was habe ich denn da? Oh, ich habe hier nur einen Ivo. Aber dieser Ivo hat nur 75. Das heißt also, es wird verdammt schwer werden, hier auf eine Team-Gesamtwertung von mindestens 84 zu kommen. Das heißt also, wir brauchen definitiv höhere Spieler, weil diese Team-Gesamtwertung summiert sich aus diesen ganzen 11 Spielern. Heißt also, das schwächste Glied hier in eurer Kette, beziehungsweise in diesem Team, kann eure Gesamtpunktzahl ziemlich stücken. Gut, ich hoffe, ich konnte euch das Prinzip ein bisschen näher erklären und ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Vielen Dank.